Hula 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 und ich jetzt einfach in die Powerseile rauchen Hallo also was geht ab wir wollen erst mal gucken was geht jetzt und zwar ich bin in den verschiedensten Videos aufgetaucht ich habe mit den verschiedensten Leuten schon gesprochen ich bin auf den verschiedensten Events schon gewesen und ich habe die ein oder andere Messe auch schon mitgekriegt wo war ich denn alles dabei und bei wem bin ich denn alles drin schauen wir uns an Und ich muss sagen, jetzt kommt eine der geilsten Transitions, die man sich nur vorstellen kann. Ich muss sagen, jetzt kommt eine der besten Fortnite-Dance. Ich muss sagen, ich muss sagen. Ich muss sagen, ich muss sagen. Mein bester Fortnite-Dance. Scheiße, nirg. Deinen besten Fortnite-Dance. Ich muss es. Lia, zeig mir deinen besten Fortnite-Dance. Wer will, zeig mir deinen besten Fortnite-Dance. Nein? Ah, Scheiße. Ja, der Tipp war auch nicht schlecht. Aber ich muss einen kleinen Fun-Fact an der Stelle erzählen. Und zwar der Typ im Europa-Park. Nicht nur, dass er einer der wenigen Scary Guys war. Der stand dann irgendwann einfach da, hat eine Kippe geraucht und sagt so. Hast du mal Feuer, du H***? So, ne? Alles klar, Bruder. Schlipp her. Nein, nein. Komm her. Nein, nein. Komm her. Raus. Scheiße. Okay, das war es. Das war gut genug. Ja, das war auf jeden Fall erstmal gut genug. Wow, Digga. Ja, Leute, dann würde ich das sagen. Ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch, tierisch freuen. Wenn ihr mir auch noch einen Like da lasst, ein Abo, auch den Blog gerne aktivieren, dann verpasst ihr nämlich gar nichts mehr von mir. Auch die Shorts, die ich in der nächsten Zeit hochladen werde. Bis dahin würde ich sagen, Kus, 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 kus. Ich muss es sich gern und haut rein, wieder schauen und reingehauen, nee, wieder gehauen und raten.